Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Bedwurst? Ja, Bedwurst. Mit dabei ist Jonas und Franz. Und hoffentlich wird er heute nicht rausfliegen. Nicht so wie im letzten Part. Was wäre gar nicht gut. Ja, das ist ja. Ja, aber ich habe zugeschaut. Ja, und du hast uns gute Tipps gegeben. Und dann... Wir hören dich noch. Hallo. Ja, wir hören dich noch. Hallo. Hallo. Okay, Jonas fliegt wieder. Raus. Ah, nee, jetzt, 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 jetzt. Gut. Also, nicht. Raus. Raus, die laus hier. So, was sind hier für Leute? Raus, die laus aus dem Haus, Alter. Cool. Geht blau, guckt euch mal blau an. Auch wir haben einen guten Rot hier drin und mit 56 kann man noch was. Blau. Oh. Das hat ja sich alles erschützt, Dennis. Denke ich nämlich. Heck, ne? Oh, ich werde mich hier beinahe wieder runtergefallen. Die Map vom letzten Part. Was weiß ich nicht alles, was er hatte. Schon wieder, dieses. Mit dem habe ich auf jeden Fall schon mal zusammengespielt. Das ist ein richtiger Hacker. Naja, doch. Doch. Kann ich mich auch erinnern. Also, der, der hat... Was hat der drinne? Ähm, hier. Kill Aura. Kill Aura, Aimbot. Genau. Ich kann... Ich kann die Connection followen. Juhu. Juhu. Jetzt bin ich wieder. Nein. Hans, wie oft müssen wir das denn noch beibringen? Du sollst nicht fastbritchen. Doch. Das können doch die anderen nicht. Doch, ich mach, was ich will. Nein. Doch. Kann ja. User in your channel, time down. Oh, ah. Ah. Das ist nicht fair. Steven! So. Ah. Ja. Wettes zu, jebaut, mit Einstein? Nein! Ja! Was? Ja. Ja. Willst du ein Schwertlevel 1 haben? Ja. Ich denk mal dann. Ja. Ach, so. Danke. Danke. Danke, danke, danke. Ey, ich brauch ein Eisen. Grün, äh, ich hab, äh, grad kein Eisen mehr übrig. Äh, Grün kommt zu uns. Oh. Ich bin ein Eier. Nein, der hat nichts. Ja, der hat nichts. Und der haut wieder ab. Angst, Hase, Pfeffernase. Schön für dich, freu dich. So, jetzt baue ich noch Blöcke und ein Eisen. Eins Eisen. Eins Eisen. Eins Eisen. Eins Eisen. Eins Eisen von der Leichtigkeit her. Oh mein, ich brauche noch einen Schlagstock. Muss ich mir jetzt feststellen. Tschüss. Wartest du, Franz? Komm ich mit. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Abblöcke. Und Essen. Ja, Essen habe ich jetzt, und jetzt brauche ich nur noch einen Schlagstock eigentlich. Blöcke habe ich auch. Ein paar. Ich glaube, 96 Blöcke. Ich habe 32, aber ich mache mir gleich noch ein paar. Ja. So, Franz, wollen wir? Franz? Gut. So. War noch ein paar Blöcke. So, ja. Jetzt können wir. Huh. Für wem sollen wir? Ähm, einfach erstmal kurz in die Mitte. Okay. Da ist gelb schon. Oben ist es ungefähr anders. Blau ist da. Die haben alle keine Rüstung an. Ich habe uns 8 Gold gesaved. Ne, 11 Gold. Wo ist das 12? Wo ist das 12? So, nicht nach dem 12. Ähm. Bring das erstmal nach Hause. Unten ist noch blau. Achtung, blau kommt hoch. Blau kommt hoch. Ja, ich hab, ich hab 12. Ich hab 12. Weiß. Achtung, blau ist hinter dir, eventuell. Ne, doch nicht mehr. Ich? Ne, ich meine der Jonas. Aber ist alles safe. Ich hab 12 Gold. Was soll ich daraus machen? Erstmal in der Perle oder willst du erstmal einen Bogen, Dennis? Einen Bogen. Komm schon. Ah. Danke. Ach, die Spitzhacke möchte ich gerne wiederhauen. Danke. Hier, Franz. Ja? Willst du Gold haben? Äh, ne, ne, ne. Okay. Also hier. Dann darf ich mir daraus Eisenschwert machen? Ja, mach was, ich will. Dann mach ich noch ne Spitzhacke und den Rest packe ich hier in der Truhe. Oh, oh. Voll. So. Komm, noch ein Eisen. Ein Eisen. Du, Franz, zu wem wollen wir? Ähm, guck mal. Franzi, kann ich nicht hören, falls du was gesagt hast. Er schaut erst mal. Jo. Oh, du hast ein Eisenschwert. Ja, äh, äh. User in your channel. Hallo. Äh, blau. Äh, blau. Äh, blau, johna zu blau. Okay. Okay. Da, der kommt. User in your channel. So. Bin jetzt auch ausgerüstet. Aber bei mir lag es extrem. Ich bin unten, ich bin unten. Ich auch. Gap greift jetzt noch blau an. Oh. Ja, dann. Ich weiß, ich bin hinter dir. So, ich weiß, kann ich dir auch nicht runterschießen. Ist das unfair? So, der Gelbe ist gestorben. Da hat einer nur fünf Leben. Was mit der anderen ist, keine Ahnung. Ich habe ein Eisenschwert, Franz. Ja, das weiß ich. So, jetzt müssen wir aufpassen. Doch, die sind nicht, äh. Die sind, glaube, alle im Haus. Einer geht jetzt so runter. Warte, Franz. Oder Ross. Ja, ich auch. Einer. Zieh dir mal das ganze Eisen weg. Gut, und dann sofort hoch. Ein blauer geht schon mal weg. Ich lasse den. Ich lasse den auch. Ich bin tot. Wie konnte er nicht da runter schlafen? Es lag irgendwie. Es lag extrem. Gabe greift auch noch blau an. Okay, das rede ich gerade. Hallo, hört mich jemand? Ja, ich höre dich. Ja, ich höre euch nicht. Okay. Ich sage dir alles wichtig, wenn Franz was sagt. Oh Gott, da ist einer, der ist full equipt. Okay. Warte, Franz, ich komme wieder. Oh Gott, ich brauche Hilfe. Ja, ich bin tot. Okay, ich wollte gerade hinkommen. Da können wir das ganze... Warte, hier, Frank, du hier. Da ist eine Menge. Da ist eine Menge Gold, äh, Gold. In der Mitte? Achso, Eisen. Ich hole, äh, uns Gold. Ja. Komm, Bogens geht's. Ja. Ich habe auch noch einen Bogen. Kann ich jetzt gut für den Angriff verwenden. Das stimmt allerdings. Ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen nubisch ist. Ich brauche Blöcke. Nubisch. Um zurückzukommen. Ich kann den Blöcke vorbeibringen. Hey, Moment. Bleib da. Gut. Dann bis zufällig, ich warte. Alles okay. So, wo seid ihr? Franz ist, glaube, in der Mitte, oder? Ich bin bei Grün. Ach, du bist bei Grün, okay. Ja, ich will gucken mich dort. Ja, ist in Ordnung. Da ist eine Menge Eisen und so. So. Oh, der, 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 der. Schön, einen Sprung getroffen. Der sah nice aus. Tja, ich kann's halt. Danke, der. So, Jonas ist wieder weg. Ja. Dann bin ich wieder hier der Dolmetscher. Ja. Da ist Jonas. Und den anderen habe ich ja auch noch. Gabe hat bestimmt gleich keine Lust mehr. Ja, komm. Jetzt, hier. Schön. Und. Ja. Durchgehst du. Ja, vielleicht. Da, vielleicht. Geil. Ähm, Franz geht gleich zu Gelb, hat er gesagt. Oh, da bin ich wieder. Nice. Ähm, ich packe den Bogen hier rein. Mhm. Und, ähm, dann komme ich mit Franz. Okay, ich bin schon hier in der Mitte. Ich versuche euch zu unterstützen. Ja, ich bin schon so. Fuck, ich hab kein Schwert. Du kannst meins haben. Komm zurück. Ja, ich glaube, meins ist in der chest. Okay. Kannst du dir raussuchen. Ja, ich will euch aber erstmal unterstellen. Du gehst du voraus, ne? So, Franz, wo bist du? Er geht voraus. Okay. Warte kurz, Franz. Oh Gott. Ah, das ist du denn jetzt? Er ist mir nicht. Eine habe ich darunter gestoßen. Die anderen versuche ich auch. Ja, das ist abk. Ja, nice. So, Franz, ich bin auch bei. Ach, du bist vorne, ich geh hinten, okay? Du bist vorne, ich geh hinten, okay? Du bist vorne, ich geh hinten, okay? Du gehst, du gehst vorne, ja? Jonas, du gehst vorne, Franz geht hinten. Okay, drei, zwei, eins, go. Franz hol sie, Franz hol sie. Ich hab hier alle unter Kontrolle. Nice. Nein, einen hab ich. Einen hab ich. Nein, du hast die alle. Einen hab ich. Ja, gut gemacht. So kann's laufen, Alter, wenn man einmal einen guten Mail dabei hat. Einmal mit Profis bitte, einmal. Währenddessen kam ein Upload zu uns, aber, ja, war kein Problem. Du bist so richtiges Arschloch manchmal, weißt du das? Ich weiß. Bin ich gerne. Ich mag es so, Arschloch zu sein. Oh ja. Hallo? Ja, Blut, wer ist das? Hi, Adrian. Ähm, so als deine Information, du bist gerade in der Aufnahme, also. Wenn du auf YouTube sein möchtest, kannst du gerne da bleiben, wenn du nicht auf YouTube sein möchtest, ja, gut, dann sprich entweder an der X oder, keine Ahnung. Hi, Adrian. Hallo. Franz, wo bist du? Äh, in der Bale. So. Gut, ich geh blau angreifen. Na komm, kleiner. Ach, Mann. Da sind oben zwei, einer kommt zu dir. Einer ist da, hinter dir. So, Jonas, bist du? Er ist oben auf der Spitze. Ich bin da. Ich probiere mich, ich habe mich gerade gesaved ein bisschen. Weil da jemand ist. Ja, da ist er. Ja, hab ihn. Okay, der geht. Der ist, er kommt, jawoll. Dann los, Franz. Einer ist voll ausgerüstet, auf jeden Fall. Der ist Spider-Base. Die anderen zwei sind gar nicht ausgerüstet. Okay, der voll ausgerüstet, den habe ich zweimal jetzt getroffen. Die sind jetzt alle im Haus drin. Einer geht raus. Einer kommt hoch. Einer kommt zu euch hoch. Den habe ich. Aber der ist leider nicht gestorben. Ach, verdammt. Ich dachte, du bist schon, ich schon. Okay, der... So. Nice. Komm, ich will auch noch einen Kill kriegen. Nein, nein. Dann nicht. Jetzt geht's los. Wo ist denn der Letzte? Hier bei mir auch. Ja. Ach da. Ja. Ich gehe auf Angriff. Der ist gerade gegangen. Ich glaube, Adrian. Bum. Na gut. Was war da, Gigi? Ich würde sagen, jetzt noch eine schnelle Runde. Eine schnelle Runde geht noch. Also, eine schnelle Runde im Sinne von 8x1 oder so. 9x1 ist okay. Hier ist 8x1 Fountain. Habt ihr Bock? Äh, ja. Einfach Ründer. So, ich bin gelb. Ich bin... Ich bin grün. Dann bin ich blau. Geht. Ich hab 20,3 inzwischen wieder. Yay. Ich hab 19, noch was, so glaube ich. Und ich hab 56. Ja, 19 mal. Weg von den 19, bitte. So. Franz, wie lange spielst du schon auf Matt Gamble? Ähm. Das hab ich nicht mehr, äh. Jahre bestimmt, oder? Ja, weißt du. 10 Jahre, ne? Ähm. Seit... 2015 vielleicht? Ja gut, dann erklärt das die Prozentzahl. Ja. Obwohl ich hab... Ähm... Premium bekommen als... Übersteht kein Wort. Kann ich nicht hören. Ja, warte, ich... Warum hab ich, äh... 2016... Moment. Doch, 2016, ja. 2016 sagt er. Alles klar. Alles klar. Und schon wieder weg. Keine Ahnung, was da los ist. Also, bevor hatte ich, äh... Crack? Ja, mit Cracker kommst du ja auch hier drauf. Mit Crack. Ja, mit Cracker kommst du ja auch hier drauf. Matt Gamble. Der heißt, äh... UbiMod 85. Ah, ja stimmt. Das war ja noch dein alter Account damals. Stimmt. Ja, ja. Ja, da hab ich... 34,6 Prozent. Ui. Ja, kann ich mich noch dran erinnern. Hab erst vor kurzem ne Folge gesehen. Minecraft Online. Wo du mit dabei warst. Noch mit deinem alten Account. Oh. Das war Mitte 2015. Ne, ne, Moment Ende 2015. Oder Oktober irgendwie so 2015. Oh, jetzt so. War das ein Minigame oder was? Ne, das war normal Minecraft Online Folge. Damals auf dem Server. Ah ja. Da hab ich beim Hafen gebaut. Falls dich erinnerst. Da war Jens noch mit dabei? Ach ja, alter Jens. Da hieß sogar die Folge, Franzis ist da. Oh, Franzi. Ich hab dich sogar gesehen. Yay, nice. So, da ist Plant Zombie. Da ist Scooby Mode. Oh, scheiße. Franzis neben mir. Oh. Das könnte gefährlich werden. Ne, ich geh zu, ich geh zu. Eis. Gefällt mir. Mein Nachbar ist schwarz. Auch im Wii Light schwarz. Ich wollte gerade sagen. Nicht so rassistisch hier. Er ist schwarz. Nein, 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 das kann man nicht zurücknehmen. Schwarze Leute gibt's auch auf dem Planeten. Also, damit müssen die sich abfinden, wenn die schwarz sind. Er ist farbig. Ey, ist farbig. Nein, Dennis, das kann man so nicht gelten lassen. Ja. Nein, so geht das nicht. Es ist ja nicht böse, gemeint. Auch nicht rassistisch gemeint. Doch, Dennis meint alles rassistisch. Ja, ich sowieso. Dein Held? Bin der schlimmste Rassist auf Erden. Ja, was ist? Äh, hast du schon mal YouTube-Geld gekriegt? Nein, hab ich noch nicht. Okay. Ich kriege mit meinen YouTube-Videos kein Geld, will ich auch nicht. Okay. Das ist gut. Dann bist du so wie, äh... Wie heißt die nochmal? Aber gibt viele, die eigentlich kein Geld mit YouTube so wirklich machen wollen. Was ich eigentlich auch einen guten Ansatz finde. Weil ich selbst mag es nicht, wenn man immer so sagt, ich bin YouTuber, ich kriege YouTube-Money, ich kann damit mein Geld, mein Leben bezahlen. Und, ne, ich bin der Meinung, man sollte für sein Geld wirklich richtig arbeiten gehen und nicht, ja... Okay, wenn man so eine Reichweite hat, also würde ich jetzt plötzlich immer jeden Tag 20.000 Views haben und 100.000 Abonnenten zum Beispiel... Ja gut, dann würde ich das wahrscheinlich auch einschalten, weil... Was man hat, hat man, so gesehen. Aber ich würde, denke ich mal, von dem Geld nur etwas ausgeben, nicht für meinen privaten Gebrauch, sondern für YouTube, dass ich da irgendwie Mikrofon oder so kaufe oder... Die Spiele dann, die ich dann let's playen werde. Ja, und die Qualität dann, bis zum zu... Genau, genau. Dennis? Ja. Seid ihr auf, äh, Matt Gamble? Richtig. Okay. Seid ihr gerade noch eine Runde? Jo. Okay, dann warte ich kurz. Kein Problem. So, wird Zeit, dass ich mich zu einem Team baue. Nein! Scheiße. Ach, wenn dann, ich bin gestorben. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel. Uh, hab ich ihn. Da kommt noch ein... Dings, noch ein Eisen. Danke. Muss meinen Nachbarn angreifen. Äh, Rüstung, Level 2 und Level 2. Oh, wo kommt mein Eisen? So, übrigens, wir nehmt auch. So, nochmal ein bisschen Bonze und Angriff. Und da ist er wieder weg. Oh, ich hab keine Angel. Ich hätte sie gerne in der Angel. Eine Angel. Benutze ich nie. Ich hatte letztens einen Angel benutzt und eigentlich habe ich damit... Geiles Zeug immer, also... Oh, mein Bett ist weg. Ach, Rionast! Ey, 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 nicht! Ja, lauf weg. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich dachte, du hattest ihn nicht, deshalb... Naja, er ist zu meiner Base gelaufen und ich zu seiner. So mit Basewechsel und... Ja. Problem ist, er kann besser jetzt zu mir kommen, als ich zu ihm. Der kommt sogar zu mir. So, ja, ruhig. Aber ich hätte so gerne jetzt eine Angel. Da bräuchte ich aber noch... Das war Herr Eisen. Oh, der ist tot. Ja, ist doch super. Warte, jetzt habe ich... Links habe ich Jonas, rechts habe ich Franz. Toll. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ey, äh, bei mir, äh, ich bin eh weg. Okay. Weil ich auch zum Team gehe. Ja. Aber bitte löch mich nicht aus. Also, ich bin bei Spaß. Gut. Ah, ich baue mich nicht zum Gold, das wäre ein bisschen unfair. Was? Alter, Junge, Junge. Ich bin starben. Shit. Ja, gut. Dann will ich mich ausrüsten. So, das ist jetzt wichtig, das ist das wichtig. Von Schwarz ist das Bett weg, sagt gerade Jonas. Gut. Jetzt sind nur noch wir drei. Oh. Und ich werde mein... Ich werde alles geben. Ich werde keine Rücksichts... R... Rücksichts zeigen. Dass ihr darauf euch gefasst macht. Und ich bin nur mit dem, was man ohne Gold kriegen kann. Also auch mit Angel, pass auf Franz. Oh Mann. Angel... Angel habe ich mir nicht gemacht. Ja, ich auch noch nicht. Ja, dann viel Glück, ne? Danke sehr. Bei mir ist gerade noch Schwarz. Oh, wir gehen alle auf Schwarz. Zumal... Oh, ey! Nee! Achso, Schwarz lebt noch! Achso! Oh, das habe ich nicht gesehen. Ich habe doch gesagt, Schwarz ist noch bei dir! Wo ist denn der Bauch? Dann kriegst du... Warte, ich helfe dir, Jonas. Viel Spaß mit ihm. Ah, welch arm. Wo ist der Bauch? Der ist... Der läuft gerade von mir weg. Okay. Ich habe Dennis zu ihm runtergekickt. Ich glaube, ich sehe ihn. Ja, das ist ja. Ja, ich komme ihm entgegen. Ich bin tot. Scheiße! Ja, ich bin... Ich hätte dir angenehmen müssen. Och, dein Bett ist ja schon weg. Ja. Super. So, Schwarz habe ich leider nicht töten können. Bitte noch zwei Leben, Mensch. Ärgert mich. Egal. Jona? So, Schwarz ist komplett ausgerüstet. Äh, was willst du Jonas sagen? Ähm, er soll mein Bett nicht holen. Jonas, du sollst Franz Bett nicht holen. Wisse. Das sei seiner. Er baut sich aber trotzdem schon mal zu deinem Bett. Aber er wird das noch nicht holen. Oh nein. So asozial bin ich dann doch nicht. Hast du das gehört, Franz? Das hat er gehört. Okay. Bist du ja wieder drin? Wo ist denn, Bob? Ja, wow. Der Schwarz. Der ist hinterm Haus, beim Fenster hat er sich reingestellt. Steckt, äh, stellt. Gestellt, ja. Warte, ich habe irgendwann ein Stack Eisen. Oh Gott, ich bin tot. Oh, ich weiß nicht wie, aber ich glaube, ist ein Block weggepackt bei mir. Wo ist der jetzt? Immer noch, jetzt geht er raus und ist an der Seite des Hauses. Okay, ich gucke jetzt mal, seine Steps. Die Steps hätte ich dir auch sagen können. Ja, wow, das geht eigentlich noch. Ja, könnte ich easy. Ja, schaust du. Er geht nach vorne und hat sich Eisen genommen. Er hat sich Eisen genommen. Er ist im Shop. Sehr gut. Komm schon. Ach, Mann. Ein, ein Herz. Scheiße. Ein, ein Herz. Mann, Mann, Mann. Hier bist du. Nice. Was? Man versteht sich gerade nicht. Ich muss mal kurz warten, bis du wieder drin bist. Naja, wir schauen gleich mal, was da los ist. Wo, ruhig, ich war? Warte, warte. Äh. Ich bin green, ja. Dich. Ja, genau. Äh, Jonas Spektated, schwarz auch. Er geht zur Mitte. Ja, ja, und er ist tot, er ist tot. Er ist tot. Oh, war nicht gut. Was, Brüchen? So, nice. GG. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich... Das war nicht cool, dass du das gemacht hast. Ja. Ich dachte halt, er wäre nicht mehr da, aber gut. Ach, Jonas ist auch wieder da zum folgenden Abschied. Vielen Dank fürs Mitspielen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Minecraft. Bis dahin. Viel Spaß, das ist noch. Schalt wieder ein. Und tschüss. Auf der rein. Toc, 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 toc. Loll.